Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox. Und zwar den Werde-Bekannt-Tycoon. Und wir sehen hier auch schon ein paar Leute, die man hier so wählen kann. Und ich kenne ihn hier, ihn hier, ihn hier, ihn hier und ihn hier. Warum heißt die Bauchbrust? Egal. Wir sind Mr. Beast. Let's go. Mach mal die Anleitung aus. Kann ich hier auch die Musik ausmachen, das wäre nämlich sehr nett. Scheinbar nicht, da muss ich wohl das Sturm schalten. Äh, das nicht, sondern das hier. Weil, ähm, ich glaube, das ist Copyright-Musik und die kann ich natürlich nicht benutzen. Hä? Kann ich jetzt ernsthaft keins kaufen, oder was? Günstiges Telefon. Ah, und jetzt dance ich hier ein bisschen rum. Ich habe zwei Follower. Ne, wie viele Follower habe ich? Wo sieht man das? Ach, hier, 16. Was kann ich mit den Followern... Ah, mit den Followern kann ich hier irgendwas kaufen, okay. So, erstmal aufhören. Zack. Jo, 4,3000. Ja, sorry. Okay, in der Zeit dance ich hier einfach mal ein bisschen rum, aber ich finde es geil, dass das... Oh, yes. Mhm. Oh, yes. Batz, batz, batz. Ich finde es cool, dass man hier auch währenddessen da Geld läuft, irgendwas anderes noch machen kann. Weil dann kann man jetzt praktisch hier beides einfach sparen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann... Tut's mir leid. Ah, und wir machen pro Dingens auch immer hier... Achso, ich habe ja das schon. Ey. Mann. Lass mir den Fernse... Ich will doch nur den Fernseher kaufen. So. Okay, ich glaube, ich habe das gleich jetzt. So. Ich habe es nicht, aber jetzt habe ich es. Nein, immer noch nicht, aber jetzt habe ich es. Junge. So, für 1.000 kriege ich eine Upgrader. Machen wir hier mal wieder weiter die Follower. Die brauchen wir nämlich. Damit wir berühmt werden. Das kann man hier anklicken. Gebäude, Startergebäude und Baumhaus. Okay, VIP. Braucht nicht. Ist irgendwas kostenlos. Aber was? Kostenlos. Kostenlos. 5 mal Geld. Pestle, Packs. Ist das jetzt schon am Ding? Ah, das ist sie schon. Ja, wow. Für 15 Sekunden. Okay. Das hat relativ gut geklappt. Weilenstein erreicht. Weilenstein erreicht aus 3K-Flober erreicht. Geil. Ich habe auch sehr viel Geld gerade erreicht. So. Okay. Wie das Spiel plus treten sie unsere Gruppe bei? Liken sie das Spiel? Treten sie? Ja, mache ich nicht. Ich habe Bock dazu. Boden. Hier gebe ich. Eine Wand. Noch eine Wand. Äh. Goldener Tropfer? Achso, das kostet Wobox. Ich dachte gerade, das kann man kaufen. 4500? Fragezeichen. Okay. Jo, 40.000 für das nächste. Alter, willst du mich hier nicht reich machen? Schublade. Okay. Wir haben auch schon wieder 18.000, merke ich gerade. Kann man hier irgendwas jetzt noch mit Geld kaufen? Nö. Doch, das hier. Das hier kann man mit Geld kaufen. Das ist auch das Einzige tatsächlich. Diese 40.000 brauche ich jetzt, oder wie? Pflanzen. Ah, ne, hier. Da kann ich jetzt noch kaufen. Okay. Habe ich nicht gesehen. Sorry. Hallo. Kaufen wir da jetzt die Tür. Nächste Etage. So. Okay. Die Treppe. Die kaufen wir uns doch auch mal. So. Was steht da? More buttons. Okay. Schlafzimmerboden. Ja, ja. Das hole ich mir gleich. So, ich hole mir jetzt erstmal das hier. Eine Pflanze. Wow. Jo, 200k. Okay. Sorry. Hey. Zu, das Ding. Okay, hier sind anscheinend mehr Dropper, ne? Ja, ich sehe die hier schon. Kaufen wir uns doch auch. Gleich. Mann, ich bin auch so müde, weil ich um 6 Uhr aufstehen musste. Ja, Leute, musste ich. So, 14.000 für den nächsten Dropper. Während wir hier warten, bis wir 14.000 haben, das sehe ich ja hier. Ähm, warten wir einfach mal. Weiter, wie viel brauchen wir? 14.000, ne? Ja, die habe ich glaube ich jetzt. Ja, die habe ich glaube ich jetzt. Zack. Ich glaube ich so. Wie viel brauchen wir jetzt so mal 25.000? Ja, dauert nicht mehr lang, dann habe ich auch das Geld. Machen Sie schneller. Goldenes Schwert. Ich tanze jetzt einfach mit dem. Bamailer. Oh, yes. Okay, reicht auch wieder. Ja gut, wir haben auch das Geld. Wir haben sogar ein bisschen mehr Geld. So. Wir kaufen uns den Upgrader. 40.000 kostet der nächste Dropper. Da sparen wir nochmal drauf, ne? Wir sind nämlich jetzt wieder arm. Weil mir fällt gerade ein, ich kann diesen Stuhl hier kaufen. Goil. So, Upgrade Setup. Oha, dann kriege ich glaube ich ein besseres Setup anscheinend. Komm, geben Sie mir die 20.000. Ich brauche die. Ey. Aua. Hä, warum macht Sie mir denn auf einmal so heftigen Sport? Warten. Piss dich. Sie ist hier jetzt eigentlich weggegangen. Ich glaube ja auch, oder? Hoffe, sie ist weggegangen. Hö, jetzt ist es ja auf einmal auf der Seite. Hey, interessant. Wenn ich eigentlich holen wollte, ist hier das Geld. Ist sie hier oben, oder was? Nö. Hä, wo ist sie denn jetzt hin? Revolver. Hunderttausend? Hunderttausend? Sorry. Habe ich so viel Geld? So, machen wir hier mal wieder weiter. Erhalte 7K. Erhalten Sie 30K-Follower und 7K irgendwas. 65.000. 40.000 ist das nächste. Upgrade Bet. Okay. Was mir jetzt gerade Frage ist, ob man hier die ganze Zeit immer hier irgendwie das abgewählen kann. Also hier ist halt immer noch dieses 200.000. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Dinge, die man hier kaufen kann. Schade ist jetzt, dass ich hier... Ah, doch, ich kann das Geld sehen. Ich brauche... Wie viel brauche ich jetzt nochmal? 100.000. Ja gut, das wird eine lange Zeit zu sparen, ne? So, ich habe jetzt hier 100.000. Und jetzt können wir uns das hier kaufen. Den Upgrader. Kann ich jetzt hier noch irgendwas kaufen? Nö, ne? Ich glaube, jetzt habe ich alles geholt. Hoffen wir es doch einfach mal. Wir kaufen uns ja erstmal wieder die Wand. Dann natürlich auch noch die Fenster. Dropperwand? Laden? Ah, hier kann man so in den Shop reingehen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Gut. Ich glaube, wir sparen erstmal jetzt hier auf 8.000. Gut, die sind da relativ schnell da. Deswegen können wir die auch relativ schnell hier abheben, ne? Äußeres Influencer-Zeichen. Ne, wir kaufen jetzt hier erstmal kurz alles hier drinnen. So. Äh, großes Sofa. Jetzt bin ich schon wieder arm, um mir die Wände hier zu kaufen. Muss ich erstmal ein bisschen mehr erfolgreich werden. Ich habe schon 75.000, ne? Follower. So, also 100.000 ist jetzt der nächste, den ich kaufen kann. Aha, man kriegt sogar auch so, äh, hier Dinge, das merke ich gerade. Das heißt, so muss ich unbedingt da drangehen. Okay. Ein Zähler. Was ist denn? Also, ich weiß nicht wieso, aber es ist irgendwie komisch übersetzt hier alles. Keine Ahnung, warum. Aber macht ja nichts. Ah, das ist eine Zahnstange, die kaufen wir uns gleich. Gaming-Setup, geil. Jetzt sagen wir, ich sparen hier mal kurz auf 500. 100. So. Was muss man denn hier drücken, ey? Okay. Okay, ich habe gleich die 100.000. Ich habe die 100.000 erreicht. Erstmal einen neuen Fernseher kaufen. Sind das so für YouTuber? Alexa, real? Okay, irgend so welche, die ich nicht kenne. Egal. 140 kostet jetzt der nächste. Gut, wir gehen erstmal oben weiter kaufen. So. Zack, zack. Ne, wir wollen uns jetzt erstmal einen Gaming-Setup. Barbezahler. So. Sperrt. Okay. Leute, ich würde aber auch erstmal sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, ist euer Sando. Ciao. 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 Ciao.